Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen FLYVE Video und ihr habt wahrscheinlich am Titel und Thumbnail schon erkannt worum es heute geht, aber bevor ich darauf eingehe worum es in diesem Video gehen wird, wollte ich nochmal kurz klarstellen, wegen dem englischen Video das ich hochgeladen habe, hochgestellt ist auch ein nettes Wort dafür, aber ja, weil es da ein bisschen Verwirrung gab bei ein paar Leuten. Also das heißt nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit englische Videos mache oder nur noch englische Videos mache, es ist einfach nur, dass ich nebenbei noch zusätzlich englische Videos mache, also die Videos, wie ihr sie bis heute kennt, bleiben wie immer so und zusätzlich kommen englische Videos und momentaner Stand ist eigentlich auch so, ich werde es dann wahrscheinlich ab den nächsten Guides und sowas machen, je nachdem, wenn ich mal wieder Zeit habe für sowas. Ich werde es mal ausprobieren, wie es ist, ich werde einfach das Video ganz normal auf Deutsch machen und dann werde ich das englische Video im Endeffekt einfach immer nur als Voice-Over machen, also sprich genau das gleiche Video, nur ohne Sound quasi, beziehungsweise ohne mein Mikrofon und dann spreche ich da nochmal neu drüber quasi. Und das heißt für euch erinnert sich eigentlich gar nichts, weil da ein paar Leute anscheinend schon so ein bisschen Befürchtungen hatten oder so, also wird nicht passieren, ja, und ich bin auch nicht wirklich, also das war jetzt ein Video, eh, danach wird es nicht so sein, dass man sich da comfortable fühlt, aber, also ich bin gar nicht sicher genug und ich hätte da gar keinen Bock drauf, immer nur auf Englisch zu reden, weil Deutsch ist einfach meine erste Sprache und ich spreche auch gerne Deutsch. Ich bin jetzt nicht so ein Deutsch-Hater und ja, genau, deswegen keine Sorge, was das angeht, also bleibt, die Videos bleiben schon noch Deutsch. So, jetzt aber zum Video, bevor alle wieder abschalten, bevor es überhaupt losgegangen ist. Heute geht es darum, es wird ja sehr oft gefragt, ähm, wegen der Inflation, wie komme ich in Flyer-Freien, kann ich mir überhaupt noch ein Equipment zusammensuchen als Anfänger, ich habe doch keine Chance, ich habe kein Geld, ich kann nicht anfangen, ich kann nicht spielen, ich kann gar nichts. Und all diese Dinger, die ja im Endeffekt das gleiche Thema behandeln, dass der Start zu schwer ist, beziehungsweise, dass man einfach, äh, keine Chance hat reinzukommen, ohne zu cachen und so, äh, diesem Mythos gehen wir heute mal ein bisschen auf den Grund, beziehungsweise zeige ich euch, dass es schlichtweg falsch ist und man halt einfach, muss man jetzt, das klingt jetzt vielleicht hart, aber eigentlich ist es das überhaupt nicht. Dann können wir mal die Umgebungseffekte vielleicht anmachen für das Video. Ähm, es klingt vielleicht hart, aber es ist halt einfach so, wenn man ein Spiel anfängt, dann muss man es halt tatsächlich auch spielen. Und wenn man anfängt, hat man halt am Anfang einfach nichts, das ist in jedem Spiel so. Und wenn man halt Flyer nicht mal eine Stunde spielt und dann direkt anfängt zu sagen, ja, ich habe nichts, ich kann nichts, ich habe kein Geld und bla, ja, sorry, ich spiele das Spiel seit den letzten sechs Jahren jeden Tag und du nicht. Und wenn du dann anfängst, solltest du auch nicht das gleiche Equipment wie ich haben, weil das wäre extrem und für was habe ich dann die letzten sechs Jahre in meinem Leben gemacht? Also, nur um das mal klarzustellen. So, dann haben wir jetzt hier diese beiden Boxen bekommen, ich verlinke euch wahrscheinlich auch nochmal meinen Anfänger-Guide in den Kommentaren, also darauf gehe ich jetzt nicht nochmal extra ein. Ganz normale Rental-Pank-Boxen, die kriegt jeder gratis ab Level 1 mit extrem overpoweredem Equipment. Das ziehen wir auch direkt mal an, Z-Plus-5 und Schild und Schwert-Plus-5. Axe benutze ich nicht im Low-Level, weil Sort hat eine bessere, äh, bessere Angangsgeschwindigkeit. Ich hebe die Axe mal auf, aber ich werde sie safe nicht benutzen. Ich benutze im Low-Level-Bereich immer nur, äh, Schwerter. Genau, die Mailbox, die können wir wegschmeißen. Und Sort, ja gut, okay, das ist jetzt alles ein Penya-Wert, das hätte man theoretisch schon aufheben können, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Grundsätzlich würde ich euch sagen, niemals was wegschmeißen, also Anfänger, immer verkaufen. Also die sehengebundenen Sachen, die könnt ihr nicht verkaufen, aber ich meine jetzt diese vier Sachen, die man vom Start an hat, das sind zwar nur vier Penya wahrscheinlich, oder fünf Penya. Ja, aber trotzdem, grundsätzlich immer alles beim NPC verkaufen, statt wegzuwerfen. Weil, wenn man wirklich so wenig Geld hat, dass es einem, sag ich mal, so sehr belastet, dann sollte man auch wirklich auf jeden Penya achten, meiner Meinung nach. So, dann müssen wir noch die Anfänger-Support-Box öffnen. Hier hat man eine Kitty, sieben Tage, also ein CS-Pad für eine volle Woche ist gesichert, also das ist auch schon mal absolut geschenktes Geld. Beziehungsweise in der Zeit kann man sich locker ein normales CS-Pad zusammen sammeln. Dann machen wir auch direkt die Amplis an. Upgrade Stone auch. Und ich spiele es jetzt so, wie wenn das jetzt wirklich mein neuer Farm-Char wäre, beziehungsweise wie wenn ich jetzt anfangen würde mit dem gleichen Wissen, das ich habe, aber ohne meine anderen Charaktere. Also so wie es ist, wenn ich jetzt heute neu anfangen würde mit Flive und halt vor einem halben Jahr gequittet hätte und alle meine Sachen verkauft hätte und kein Geld mehr hätte oder auch kein Equipment mehr hätte. Genau so spiele ich jetzt. Und was ich jetzt mache mit den Amplis und mit den Upgrade Stone, das ist eine Sache, die würde ich nicht unbedingt jedem empfehlen mit seinem ersten Charakter. Aber das ist das, worauf ich gerade eigentlich hinaus will. Da ist jetzt auch mein Leech, der ist schon der W3, den habe ich mir vorher schon bereitgestellt. Ich würde auch immer direkt einen zweiten Charakter mit anfangen. Immer wenn ihr euch einen neuen Charakter hochzieht, würde ich immer direkt einen zweiten mit hochziehen. Außer ihr habt schon sehr viele Charaktere, weil dann erspart ihr euch einfach die Sache, dass ihr jede Klasse oder jeden Charakter neu hochziehen müsst. Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel euch einen neuen Mercenary macht und ihr habt schon einen Ringmaster und einen Billposter oder so, dann könnt ihr euch mit dem Ringmaster supporten zum Beispiel und könnt euch dann einen neuen Mercenary hochziehen und gleichzeitig noch einen Mage. Und dann habt ihr am Ende einen Psy und einen Knight und einen Ringmaster und einen Billposter, dann habt ihr plötzlich vier Klassen. Obwohl ihr nur zweimal richtig gelevelt habt, weil die anderen beiden jeweils nur geleached haben. Also das wäre auch noch so ein Tipp von mir. Und dann ist es so, wenn ihr jetzt wirklich anfangt und ihr habt, sage ich mal, große Ziele, also ihr fangt jetzt fleiflich an, ja, ich will mal wieder zocken, ich habe wieder Bock drauf, ich habe es mal wieder entdeckt oder irgendwas und will einfach nur mal aus Nostalgiegründen anfangen. Ähm, wenn ihr jetzt nicht so seid, sondern wenn ihr sagt, ey, ich will jetzt, ich will richtig durchbuttern, ich habe jetzt zwei Wochen Urlaub, ich will so weit kommen, wie es nur irgendwie geht, ich will so hoch kommen, wie es irgendwie geht, ich will so gutes Equipment haben, wie es nur irgendwie geht, dann würde ich euch tatsächlich so empfehlen, so anzufangen, wie ich es gerade mache. Und zwar direkt die Amplies reinknallen auf dem Main Char, auf dem Leecher muss man es nicht unbedingt aktivieren. Ähm, da levelt man eigentlich nicht unbedingt davon, weil die neue Leecher-Leveler-Grenze ist 24 statt 19 wie früher. Also da sollte man mit Ex-Amplies jetzt eigentlich nicht so krass schnell davon leveln, aber man kann es auch auf beiden Charakteren aktivieren. Ähm, das spielt jetzt am Anfang, oder sollte am Anfang zumindest keine Rolle spielen. Und, ähm, genau, und warum ihr die Amplies aktivieren solltet, beziehungsweise auch die Upcut Stones, aber die Upcut Stones sind jetzt nicht so wichtig, es geht hauptsächlich um die Amplies. Das, warum ihr sie aktivieren solltet, ist einfach aus dem simplen Grund, dass ihr euch erstmal, meiner Meinung nach, einen Farm Jar hochziehen solltet. Also euer erster Charakter, mit dem ihr anfangt, ist nicht euer Main Charakter. Das habe ich auch schon oft im Stream empfohlen, aber ich fürchte, die meisten Leute, die wissen nicht genau, was ich damit meine, wenn ich das so erkläre und nicht zeige. Dieser Charakter wird jetzt quasi ein Blade, beziehungsweise erstmal ein Mercenary. Bis Blade werde ich den jetzt wahrscheinlich nicht spielen, nur für das Video, aber theoretisch würde das jetzt ein Blade werden, mit dem ich dann später einzig und allein nichts anderes mache, außer Events zu farmen, Monster zu töten. Natürlich den Char hochleveln, vollkommen egal welches Level der eigentlich hat, ist relativ irrelevant, aber den würde ich dann hochleveln als Blade und mit dem alle Events farmen, einfach nur deswegen, weil Blade hat den höchsten Damage. Gut, günstiges Equipment ist relativ, die Luzakas Waffen zum Beispiel, die man später auf jeden Fall braucht, die sind schon relativ teuer, aber insgesamt ist es einfach die Klasse, die sich am meisten lohnt, vor allem eben fürs Event farmen, da das sowieso nur als 101 geht, also sprich als Kämpferklasse, AOE-Klassen hätten bei Event farmen jetzt einen ziemlichen Nachteil. Und ja, das war eigentlich auch schon das Grundsätzliche. Mehr macht man am Anfang gar nicht. Später könnt ihr euch natürlich, wie gesagt, wenn ihr euch wieder einen neuen Charakter hochzieht, könnt ihr euch noch einen neuen RM hochziehen, dann könnt ihr einen FS-RM machen, den Char, den ihr am Anfang hochzieht, kann ein Tank-RM werden, oder ihr macht euch einen neuen Char, das ist ein Buildposter, der bufft sich einfach selber und dann zieht ihr nebenbei noch einen Mercenary hoch oder irgendwie sowas. Also wie gesagt, das ist vollkommen egal, was ihr dann später für eine Klasse spielt oder was ihr für eine Main-Klasse haben wollt, aber wenn ihr am Anfang wirklich erstmal Geld aufbauen wollt, Equipment aufbauen wollt, euer Imperium sozusagen aufbauen wollt, oder Flive-Imperium mit verschiedenen Charactern, würde ich euch immer empfehlen, so zu starten, weil so kommt man viel schneller rein, als wenn man jetzt zum Beispiel ohne die Emplies startet, sich als erstes ein Mage oder ein Mage im Low-Level tatsächlich gar nicht mehr die schlechteste Option ist, aber wenn ihr euch einfach eine Klasse macht, die dann nach Level 60 oder später irgendwann das Struggle anfängt, da werdet ihr früher oder später auf Probleme stoßen, dass ihr einfach keinen Schaden macht, dass ihr nicht wirklich effektiv... Oh, das ist jetzt nicht gut, vor allem weil ich noch geroutet bin, 100 Jahre. Da werdet ihr, wie gesagt, früher oder später wahrscheinlich auf Probleme stoßen. Und darum geht ihr, wenn ihr euch am Anfang einfach diesen Blade macht, mit dem ihr euch wirklich... Das einzige Ziel dieses ersten Charakters ist es, euch wirklich mit Geld zu versorgen. Das ist die einzige Aufgabe, die der hat, das ist das einzige Ziel, was ihr mit dem Charakter verfolgt und das ist auch das einzige, was euch am Anfang eigentlich interessieren sollte. Das heißt, wie gesagt, dieses Video richtet sich jetzt nicht wirklich an einen allgemeinen Anfänger, dafür habe ich ja, wie gesagt, diesen Anfänger-Guide unten nochmal verlinkt, sondern mehr an die Leute, die halt wirklich immer mit dem Grundgedanken starten, ja, ich will so viel haben wie möglich am Anfang, ich will so viel Geld haben, so viel was weiß ich alles haben. Ja, genau für die Leute ist das jetzt quasi dieses Video. Und ja, jetzt sind wir schon da, wir 15. Ihr seht, das geht extrem schnell. Ich habe mich jetzt nicht mehr wirklich darauf konzentriert, ich habe mich jetzt mehr aufs Reden konzentriert. Das ist quasi geschenkt, ich habe nicht mehr geslettet. Das ist quasi mit dem Anfänger-Helfer-Equipment, und das ist, also du bist unsterblich einfach im Low-Level, was ja früher ganz sicher nicht so war. Da musste man ja teilweise sogar noch Food kaufen, oder man musste aufpassen, dass man nicht zu, zu zu hohen Monstern geht, die einem nicht doch zu viel Schaden machen. Und, ähm, genau, so einfach ist das, also das waren jetzt nicht mal 10 Minuten, ich habe nichts benutzt, was ihr nicht auch habt, als Anfänger. Also wenn ihr jetzt heute das Spiel startet, habt ihr genau das Gleiche, was ich jetzt bei diesem Charakter benutzt habe. Das war gerade der Mercenary-Ausbilder, zu dem muss man als erstes hingehen. Und was anderes habe ich nicht gemacht. Also ich habe wirklich nur die absoluten Basics benutzt, die jeder Spieler von Anfang an besitzt. Und das ist einfach, allein schon das, dass man in 10 Minuten Level 15 ist, das war früher undenkbar. Vor 6, 7 Jahren, wenn du mit nichts angefangen hast, da gab es kein Anfänger-Helfe-Equipment, da gab es keine Anfänger-Support-Box, da gab es gar nichts. Das ist safe, noch immer 20, 30 Minuten mindestens gebraucht, um auf Level 15 zu kommen, vor allem, wenn du zwei Charaktere gleichzeitig gezogen hast, weil das ja tatsächlich nochmal dafür sorgt, dass du ein bisschen langsamer bist, wenn du zwei Charaktere hochziehst. Zumindest, wenn du keine volle Party hast. Und ja, das war früher undenkbar, dass du da auch nur ansatzweise in so einer kurzen Zeit, mit wirklich gar keinem Support, gar keinem Equipment, also niemand, der dir hilft, und auch sonst keine Vorteile, dass du in so kurzer Zeit einfach mal Level 15 erreichst. Und jetzt müssen wir nur noch kurz die Job-Quest finischen. Das geht auch extrem schnell und extrem einfach. Man muss nur kurz die Shining Stones sammeln. Und dann gucken wir mal kurz, in wie viel Zeit wir ein angemessenes Equipment, beziehungsweise, naja, ich sag jetzt mal, ein angemessenes Gate für den Start zusammen haben. Das wären für mich jetzt, sag ich mal, 150 Mio, und das kann man sich ja dann ungefähr hochrechnen. Und dann sehen wir mal, wie sehr das stimmt mit dem, dass man wirklich am Anfang gar nichts hat als Anfänger. Und es ist auch extrem schwierig, halt überhaupt irgendwas zu erreichen, weil alles so viel Geld kostet, weil alle so viel Geld haben, weil alle so ein gutes Equipment haben und so weiter und so fort. Oh, ich hab schon sieben Leute. Ich dachte gerade, das waren zwei. Hoppla. Da hab ich mich kurz vertan. Aber ja, dann würde ich sagen, machen wir hier den ersten Cut und dann wird der Rest jetzt wahrscheinlich fast forward sein. Machen wir noch kurz die Job-Quest fertig. Aber das Schöne ist auch, man muss sich auch kein Equipment mehr kaufen. Das ist auch das Tolle an dem Anfänger, an dem Rattle-Peng-Equipment, weil am Anfang hatten ja viele Leute öfter mal das Problem, oh, ich kann mir gar nicht die Mercenary-Sachen leisten oder die Schwerter-Schilder für Level 15 und so kann ich mir gar nicht leisten. Ich hab sie nicht getroppt, ich hatte Pech. Ich hab gar nicht genug Geld dafür und ich kann mir auch gar kein Board kaufen. Das kostet ja auch 240.000. Fällt alles weg. Du brauchst null Penja mehr bis Level 60. Das ist krank. Oder, naja, gut, bis Level 60 stimmt nicht ganz, bis Level 47 ungefähr. Dann sind die normalen Waffen wieder besser als das Anfänger-Support-Zeug ungefähr. Oder 55 oder so. Aber, also fast bis Level 60 musst du keinen einzigen Penja ausgeben und das ist krank, wenn ihr mich fragt. Das ist einfach nur absolut krank. So, und damit sind wir Mercenary und dann gibt es jetzt auch einen kleinen Cut. Und, also für euch. Und dann gucken wir mal, wie lange ich brauche, um hier mir 150 Mio zu erfarmen. Bis gleich. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Fette ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020